Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Hexerfreunde, ich bin Nightflyer und hier geht's weiter mit The Witcher 3 und wir befinden uns ja momentan nicht auf Kermorhen, aber in der Nähe von Kermorhen, denn wir haben am Ende der letzten Folge die Libyen getroffen, die etwas angepisst war und uns einfach hier in diesen See teleportiert hat. Und ja, wir müssen jetzt irgendwie nach Kermorhen zurückkommen, aber es warten ja auch ein paar Aufgaben auf uns, wir sollen nämlich herausfinden, was die Ertrunkenen beim See tötet und dazu sollen wir die Hexersinne einsetzen. Wir schauen erstmal hier, aber ich glaube, wir müssen wahrscheinlich auf diese kleine Insel da. So. Was könnte es sein? Also hier sind noch mehr Ertrunkene. Die Armen. Könnte das nicht ein Hexer gewesen sein vielleicht? Okay, wir gucken weiter. Da ist es rot. Alles voller ertrunkenen Leichen. Der Jäger muss ziemlich mächtig sein. Aber bestimmt nicht mächtiger als wir. Jetzt wird's langweilig. Irgendein Grobian hat einen ganzen Schwarm Ertrunkene gemetzelt. Tja, könnte ein Hexer gewesen sein. Das ist schon fast lächerlich gerade. Hier ist ein Schnellreisepunkt. Das ist geil. Aber wir haben immer noch nicht den Grobian gefunden. Wo ist der Grobian? Ah, hier ist ein Häuschen. Eine Hütte. Oh ja, ein paar Ohrens. Gucken wir mal rein in die Hütte hier. Kein Hinweis. Hm. Wo soll ich denn jetzt bitte noch gucken? Habe ich jetzt, äh, nicht wirklich eine Idee. Okay, laufen wir nochmal alles ab. Also da unten ist was im Wasser. Ja. Es sind wahrscheinlich Ertrunkene. Würde ich sagen. Ah, guck mal da hinten. Ganz weit weg. Da ist noch was Rotes. Jetzt wird's langweilig. Irgendein Grobian hat einen ganzen Schwarm Ertrunkene gemetzelt. Ah, okay. Der Kreis hat sich weiter bewegt. Jetzt wird's langweilig. Irgendein Grobian hat einen ganzen Schwarm Ertrunkene gemetzelt. So weit aber auch. Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt. Nee. Müssen wir ins Wasser? Sag mal. Müssen wir ins Wasser? Da drüben ist auch noch ein Inselchen. Da unten ist auch eine Kiste. Hier warten noch ein paar Schatzsuchen auf uns. Wir werden gerade mal so einen. Verbesserte Wolfshose. Ja. Damit geht's schon los. Sehr gut. Das passt sich. Jetzt wird's langweilig. Irgendein Grobian hat einen ganzen Schwarm Ertrunkene gemetzelt. Ich würd' das gern einsammeln. Danke. Puh, ich hab das Gefühl, hier ist einiges los. Wohin jetzt? Wohin jetzt? Da hinten ist was rotes. Jetzt wird's langweilig. Irgendein Grobian hat einen ganzen Schwarm Ertrunkene gemetzelt. Okay. Was jetzt? Wohin? Da hinten bestimmt hin. Wir gehen mal hier ins Ufer. Aha. Ich seh' da hinten schon was in der Ferne. Da hinten ist ein Grobian. Was mag das sein? Ein Troll oder sowas? Troll. So einen Großen hab ich nicht mehr gesehen. Seit Ewigkeiten. Irgendwas sagt mir, dass er ein wenig aufgebracht ist. Okay. Dann sollten wir den Troll mal töten. Aber vorher speichern. Na, Freund Nase? Aua. Aua. Seh' ich genauso. Unser freundlicher Troll verabscheut wohl Ertrunkene. Ja gut. Ich mein' wir ja auch. Unser freundlicher Troll verabscheut wohl Ertrunkene. Ich dachte, das wäre das Loot gerade. Das Loot ist hier. Ein Trollmuttergen haben wir bekommen. Ein paar Ohren. Runenstein. Ein alter Brief. Der Troll scheint nicht ganz ungeschickt. Aber dass er schreiben kann, hätte ich nicht gedacht. Notizen. Das Siegel der Salamandra. Wohl aus der Zeit, in der sie Kermorhen angegriffen haben. Okay, das dürfte interessant werden. Die vom Professor ausgewählten sollten sich zur bezeichneten Zeit vor der Festung einfinden. Wer zu spät kommt, die passende Ausrüstung nicht dabei hat oder ungehorsam ist, ist des Todes. Wir beginnen unseren Angriff auf Kermorhen mit unserem Einschüchterer. Es sollte kein großes Problem sein, sich der Festung zu bemächtigen, die dem Vernehmen nach nur von einer Handvoll Hexer gehalten wird. Also beeilt euch. 50 Ohrens erwarten euch für jeden abgeschnittenen Mutantenkopf. Sobald wir die Geheimnisse der Hexer an uns gebracht haben, müssen wir uns trennen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Jeder von euch muss dann auf eigene Faust nach Vysima zurückkehren. Dort finden wir uns wieder zusammen. Azar Javid. Ein Angriffsplan für die Festung. Das habe ich anders in Erinnerung. Der Troll muss dessen Besitzer noch vor der Festung abgefangen haben. Offenbar haben wir dem Troll einiges zu verdanken. Ja, sonst wäre das vielleicht noch alles schlimmer ausgegangen. Sehr interessant. Finde ich total geil, dass wir hier noch so ein paar Hintergrundinformationen kriegen zu den Vorgängerspielen. Also in diesem Fall zu The Witcher 1. Zu The Witcher 2 kann ich da leider nicht ganz so viel sagen, denn das habe ich ja nicht gespielt. Den kann ich leider nicht. Untersuchen. So, aber die Queste haben wir erledigt. Wir könnten jetzt natürlich mal folgendes machen. Erstmal zu dieser Insel da zurückkehren. Ich weiß nicht, inwiefern hier alle Fragezeichen schon auf der Karte sind. Das scheinen mir nicht sehr viele zu sein. Wir könnten natürlich auch erstmal einfach... Komm, wir machen das einfach. Wir begeben uns einfach jetzt hier zu den Fragezeichen, ne? Ups. Ich wollte eigentlich springen, aber... So, dann müssen wir noch ein bisschen schwimmen hier. Warte mal, war hier kein Bötchen in der Nähe? Da ist ein Bötchen. Der Weg ist näher. Vielleicht schwimmen wir... Da ist eine Hütte am See. Da waren wir. Ich überlege gerade, ob der Landweg nicht vielleicht besser wäre. Ne. Äh. Pass auf, ich schwimme jetzt hier zum Bötchen rüber. Das ist auf jeden Fall deutlich näher. So, können wir noch einen Zahn zulegen. So, und da sind wir. Äh, wir können es hier kurz noch umschauen. Würde ich sagen. Okay, das sind nur ein paar Bambis. Das heißt, nur ein paar Bambis. Traurig. Kommen wir mit dem Boot hier überhaupt raus? Das sieht mir nicht so vertrauenserweckend aus gerade hier, das Boot. Ähm. Können wir das Ruder übernehmen? Nein. Warum? Okay, es könnte sein, dass das mit einer Quest im Zusammenhang steht. Äh, vielleicht... ...sollten wir dann doch erst wieder zurück. Vielleicht macht das Sinn. Ich mach uns mal eine Markierung dahin. Vielleicht, ähm... Also ich kann mir vorstellen, dass das Boot hier mit... ...mit einer Quest im Zusammenhang... ...Lambart will ja mit uns irgendwo hin. Und wir sollen ja auch... ...mit Eskel, ähm... ...ähm... ...ne Quest machen. Ich will jetzt hier nicht vorgreifen. Deshalb gehen wir jetzt erstmal zurück. Aber von hierhin... ...lassen wir jetzt erstmal die Finger, ehrlich gesagt. Ah, schön hier. Oh. Guck mal. Lauter Bambis. Oh, dann folgen wir diesem Weg mal... ...zurück nach Kermor hin. Wir hätten natürlich jetzt auch eine Schnellreise machen können. Aber da wir hier die Gegend noch gar nicht kennen... ...macht es doch Sinn, äh... ...das eben zu Fuß zu erledigen. Wölfe. Schade, dass das Wetter hier... ...nicht so richtig mitspielt heute. Oh, jetzt müssen wir eigentlich, glaube ich, gleich da sein. Ja, und dann können wir vielleicht, ähm... ...das Haupttor von Kermor hin mal... ...ähm... ...im Gameplay betreten. Bisher haben wir das immer nur in Cutszenen gesehen. Äh, wo ist denn das Haupttor? Ähm... Äh, achso, da soll man zu Lambert. Ich will mal kurz die anderen Quests, äh, gucken. Wo müssten wir denn hin, um mit... ...Eskel die Quest zu machen? Ah, das würde sicher passen. Dann würden wir erst die Quest mit Eskel machen, würde ich sagen. Tja, also... ...an Fleisch mangelt es hier nicht, würde ich mal sagen. Ist man da? Ich glaube, wir können hier hoch. Und... ...äh, oder auch nicht. Aber das schauen wir uns trotzdem an. Es ist nur ein Wasserloch. Okay, also doch erstmal den Weg hier weiter. Was ist da? Nichts. So, super. Vom Eingang von Kermorhen mithilfe deiner Hexersinne nach Eskels Spuren. Achso. Wir sollen erstmal Eskels Spuren finden. Also der ist wahrscheinlich schon auf der Jagd nach dem... Was war das nochmal? Ein Basilisk war es nicht? Äh, ein Gabelschwanz, ne? So. Hier ist also der Eingang. Und, äh... Suchen wir mal... Ja, wir suchen erstmal jetzt die Spuren, natürlich. Das müssen Eskels Spuren sein. Sonst hat in letzter Zeit niemand die Festung verlassen. Okay, dann, äh... Folgen wir den Spuren mal. Wahrscheinlich hätte ich den Spuren auch da unten schon folgen können. Ich schätze, der Gabelschwanz wird ganz in der Nähe sein, denn... Ich hab grad gesehen, als wir hier ankamen... Ähm... Ist Gerald schon in Kampfmodus gegangen einmal. Ich hätte ja auch ein anderes Vieh gewesen sein. Okay, wir müssen hier über den Fluss. Wenn das hier schon mal so... Zugänglich ist... Sammeln wir das so ein. Ja, da sind die Spuren wieder. Das ist jetzt mit einem Pferd unterwegs, oder? Ähm... Vielleicht hätte ich auch ein Pferd nehmen sollen. Plötze. Hm... Kann ich den Hexer-Blick überhaupt einsetzen, ob wir auf Plötze sind? Weiß ich jetzt gar nicht. Ah ja, geht. Alles klar. Äh... Ich glaub, ich hab die Spur verloren. Okay, wir sind... Glaube ich am Ziel. Okay, hätte ich das mit Plötze platzen können. Wir müssen hier weiter. Das mit einem... Ein Bär scheint hier auch zu sein, glaube ich. Oh, ein bisschen, äh... Oh. Äh... Wir suchen... Wir suchen... Okay, er ist tatsächlich mit dem Pferd hier lang. Okay. Hier ist mir jetzt aber tatsächlich... Also Spurensuche hier... Mit Pferd ist mir dann doch ein bisschen zu... Das ist sein Pferd. Ah. Wie hieß es noch? Skorpion. Schönes Tier. Okay. Eskilds Lager. Er hat sich wohl auf einen längeren Aufenthalt eingestellt. Äh... Äh, 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 äh... Äh, äh, äh... Okay, so, Eskild, wo bist du hin? Fußspuren. Und Hufspuren. Eine Ziege. Interessant. Ja, er wollte wahrscheinlich, äh... Den Gabelschwanz mit der Ziege anlocken. Das haben wir ja auch schon gemacht. Hier ist Endstation. Toll. Ich könnte der Nase nachgehen. Eskild kann ich nicht riechen, aber die Ziege... Muss nur eine Geruchsprobe finden. Okay, wir brauchen eine Geruchsprobe der Ziege. Hier. Hallo. Rindenstückchen. Offenbar hat Eskilds Ziege sich am Baum gescheuert. Ein Knäuel Ziegenhaar. Puh, es stinkt. Ja, und schon haben wir die, äh... Großspur. Der wir folgen können. Ja, ich hätte auch wahrscheinlich einfach den Weg weiter hier hoch gehen können. So, da hören wir schon was. Eskilds Spuren. Die Nase irrt sich nicht. Meckerfritze. Die hat sich nicht selbst hier angepflockt. Sie ist ein Gabelschwanzköder. Und offenbar auch ein Hexerköder. Um einen Gabelschwanz zu fangen, schlag einen Pflock ein, binde eine Ziege daran und verbirg dich flugs im nächsten Gebüsch. Bruder Adalberts Bestiarium, Seite 82. Dein Gedächtnis hast du also wieder. Und trotz deines Alters scharfsinnig wie eh und je. Du bist so alt wie ich, Schlaukopf. Lass dich nicht von grauen Haaren täuschen. Schön, dich endlich wiederzusehen. Ich versuche nur mit Zauberinnen zu schlafen. Äh, ich bin versucht, ich bin versucht. Ab jetzt versuche ich mich auf Zauberinnen zu beschränken. Zweifellos der angenehmste Teil, aber vielleicht auch der gefährlichste. Psst, hörst du? Er kommt. Ja, dann sollten wir uns den Gabelschwanz mal zu Gemüte führen. Verdammt, er hebt ab. Auf die Flügel. Äh, ich habe die Armbrust noch wenig ausgewählt gehabt. Ja, er ist so weit weg. Muss man hinterherlaufen. Kommt er zurück, oder? Ey, du Mistvieh. Voll wieder Blutspur. Ja, ich sehe die Blutspur. Miese Riesenreptilien. Ich hasse es, wenn sie das machen. Hätte uns den... Hast du keine Angst, das Pferd unten zu lassen? Vielleicht kommt der Gabelschwanz und holt es sich. Ha, Skorpion ist ein Schlachtross. Ein reinrassiger Catveni. Der kommt klar. Habe ich dir erzählt, woher ich ihn habe? Nein, ich glaube nicht. Ich habe mal einen verirrten Ritter gerettet. Du weißt schon. Wald, Finsternis, Wölfe, das Übliche. Ich sagte ihm wie üblich, gib mir das, was du zu Hause findest. Diesmal war es kein Kind, aber seine Stute hatte gerade gefohlt. Eskel und Skorpion. Durch das Schicksal verbunden. Zauberhafte Geschichte. Nimm mich ruhig hoch. Du bist nur neidisch. So, dann jetzt weiter. Mein Arm ist tot. Mein Arm ist tot. Er kann nicht mehr cremen. Guck gut, die Guck gut da. Was ist das für ein Lied? Ein altes Lied der Hochgebirgler. Ideal zum Bergsteigen hat mir meine Mutter immer vorgesungen. Du erinnerst dich an sie? Nur an das blöde Lied. Sonst an nichts. Okay. Leider ist ein Dialog, glaube ich, untergegangen. Weil ich da zu schnell war. Ich sollte jetzt vielleicht mal die Hexersinn einsetzen. Denn ich weiß jetzt nicht mehr, wo die Blutspur ist. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Hier. Äh, hier rein? Du hast wohl in sein Versteck geflohen. Gut. Jetzt flieht er nicht mehr. Das blutet stark. Aus einer Arterie. Helles Blut. Der kommt nicht mehr breit. Ja, dann mal los. Halt. Wollen wir uns mal in die Nische gucken hier. Okay. Ich könnte... ...ne Katze nehmen. Vielleicht mache ich das auch. Wobei... Aber wir haben auch schon... Ich habe schon wieder Nahrung genommen. Also es wird eh nicht funktionieren. Ähm, also nehme ich jetzt eben eine Katze, was soll's. Dann sehe ich Wichsen was. Und ihr seht vor allem was. So, äh, boah. Wird immer mehr hier. Nichts... Ist das die Katze? Naja. Glücklicherweise nicht. Da. So, damit sollten wir jetzt auch wieder was sehen. Da ist das vier schon. Was ist das? Ja, war relativ einfach zu erledigen. Na schön. Her mit der Rückenmarktsflüssigkeit und dann raus hier. Schneide hinten direkt unterhalb des Schädels. Hat Jan dir gesagt, wozu sie sie braucht? Du weißt es also nicht. Und das, ähm, stört dich nicht? Ja, komm, wir vertrauen ihr. In diesem Bezug vertrauen wir auf jeden Fall. Nein, tut es nicht. Ich vertraue ihr. Und da heißt es, Leute lernen aus ihren Fehlern. Wie bitte? Nichts, nichts. Na, so ein Gespräch will ich nicht. Schön. Gehen wir. Ich muss ja nicht jeder Mensch jeden Menschen mögen. So, können wir sonst noch was looten von dem? Ja, können wir. Ja, Wolf. Da ist noch eine Kiste. Verbesserte Wolfshandschuhe. Wo sind wir denn jetzt gerade auf der Karte? Okay, wir sind hier unten. Also nicht da oben, wo ich das Fragezeichen gesehen hatte. Ähm, nee, pass auf. Ich gucke mal eben in die Quests rein. Äh, Schatz suchen. Wo haben wir denn hier was? Das ist nur wie gerade... Das ist beides des Kermorhen. Boah, das ist Stufe 29. Okay. Sonst haben wir nichts auf Kermorhen. Sind das nur diese beiden Sachen? Das könnten ja theoretisch besorfen. Ich will es mal ausheben. Okay, das würde da starten. Durchsuche die Ruinen des Signalturms bei Kermorhen. Hat das auch nichts mit dem Fragezeichen da oben zu tun? Und diese hier? Okay, einmal hier. Da. Okay, die Fragezeichen haben wir offenbar nichts mit zu tun. Und hier. Interessant. Wir könnten ja vielleicht, wenn wir jetzt zurückkehren, uns das da ansehen. Ich lasse das mal ausgewählt. Wobei, ne, jetzt weiß ich ja gar nicht, was wir hier als nächstes machen sollen. Äh, Hauptquest. So, kehre nach Kermorhen zurück. Ja, okay. Das können wir machen. Irgendwo ist noch ein Pflänzchen. Ist noch ein Pilzchen. Also, wieder raus aus der Höhle. Hier haben wir alles. Und dann nehmen wir eine Schatzsuche mit, würde ich sagen. Was ist mit Eskil? Bleibt der jetzt da unten in der Höhle? Ist mir ziemlich egal, ehrlich gesagt. Ähm, da ist der Ausgang. Hätte ich nochmal mit Eskil reden sollen? Haben wir gar nicht gemacht eben, ne? Boah, scheiße. Ich rede nochmal vorsichtshalber mit ihm. Er kommt irgendwie nicht mit. Äh. So. Ja, Wolf. Ah, okay. Alles klar. Gut, das haben wir dann doch schon gemacht versehentlich. Irritiert mich nur, dass er jetzt da bleibt. Ich meine, es ist nicht so, dass ich den jetzt die ganze Zeit am Hacken haben will, aber... Das ist doch etwas irritierend. Ah, okay. Hey, was hältst du von einem kleinen Rennen? Wollen wir sehen, wer schneller ist? Plötze oder Skorpion? Und wer besser reiten kann? Oha, schon wieder ein Rennen. Keine Herausforderung, weil ich dich auch auf einer lahmen Sau besiegen würde. Aber warum nicht? Du bist selbst eine lahme Sau. Wer Kermorhen zuerst erreicht hat, gewonnen. Okay, das war's dann mit der Quest. Puh, das könnte jetzt so heikel werden. Mal schauen. Aus dem Weg, aus dem Weg. Äh, zumindest der Weg gut eingezeichnet. Gut erkennbar für mich. Finde ich super. Ich weiß noch nicht, ob die Pferdeausdauer ausreicht. Vielleicht sollte ich... Plötze kurz mal erholen lassen. Scheiße. Kann's noch mal probieren. Oh, hier ist Kermorhen schon. Scheiße. Ach, fick dich. Ach, fick dich. Ich hab vorher nicht gespeichert. Boah, jetzt bin ich sauer. Boah, jetzt bin ich aber richtig sauer. So, das Ganze nochmal. Das war natürlich total dämlich von mir. Oh, die Katze wirkt noch jetzt, ne? Scheiße. Äh, dass ich da... Dass ich da noch gebremst, also abgebremst habe, damit sich Plötzer holen kann. Das ist ja total doof. Das hätte ich mir sparen können. Plötzer hätte das, glaube ich, bis zum Schluss geschafft. Sicher bin ich mir da nicht, aber... Ich hätte es eigentlich sehen müssen, dass da Kermorhen... Hier sieht man schon, dass Kermorhen schon vor uns liegt. Aber es wird eng. Es wird eng. Es wird eng. Nein! Geschafft. Ja, ähm... Wenn du drauf bestehst. Wenn du darauf bestehst. Hier. Nutze es weise. So, haben wir bekommen. Zehn Erfahrungspunkte. Und neun Gegenstände erhalten. Bergstiefel, okay. Und neun Gegenstände erhalten. Gar nichts. Äh, Manuskript-Seite. Gifte erhängten. Und Quests aktualisiert. Die müssen abgeschlossen sein, die Quest. Jawohl. Wir müssen jetzt eigentlich ein Level-Up haben. Oder hat man den schon? Ich habe mich darauf geachtet. Ich guck mal eben. Ich glaube, wir hatten den Level-Up schon. Habe ich irgendwie... Waren wir untergegangen. Jetzt können wir nämlich... die hässliche Hexenjäger-Rüstung anziehen. Und, äh... diese Bergstiefel... sind auf jeden Fall auch schon mal besser. Ja. Nett. Ja. Sieht doch auch... gar nicht so schlecht aus. Na gut. So. Wir sind schon wieder... äh... am Ende... für diese Folge. Ich kann mir wieder eine andere Versur vertragen, glaube ich. In der nächsten Folge werden wir mit... Lambert... würde ich sagen... äh... die Reise... oder ja, über die Reise reden... zum Kreis der Elemente. Ähm... bevor wir das mit Ciri machen, auf jeden Fall. Äh... mit... mit... ähm... Yennefer machen. Mit der möchte ich erstmal nichts mehr zu tun haben. Ich weiß gar nicht, wo sich Keira Metz aufhält. Die müsste eigentlich aus meiner Sicht hier auf... Kermorhen sein. Bin ich der Meinung. Hatten wir sie nicht hierher geschickt? Die hat uns doch in eine Pfanne gehauen. Und dann haben wir sie aber... doch noch wieder auf den rechten Pfad bringen können... und, äh... gesagt, sie soll nach Kermorhen gehen. Wo könnte sie sein? Lass uns nochmal kurz ein bisschen umgucken. Bevor wir... ähm... die Folge hier abschließen. Oh, hier. Äh... ist leer. Okay. Ah, sind wir jetzt... Oder ne, das ist eine andere Stelle. Das ist nicht die Stelle, die ich meinte letztens. Das ist eine andere Stelle. Wo ist denn jetzt hier der Eingang, Mann? Da drüben. Ja! So, marschieren wir hier nochmal rein. Ähm... Tür auf, bitte. Also, ich gehe aber davon aus, dass die sich auch, wenn... Äh... Dann hier direkt in der... in der Burg aufhält, oder? Oder in so einem Nebenturm oder so? Man weiß es nicht. Hier ist beleuchtet. Aber abgeschlossen. Okay. Okay. Ist das... Sind die hier durchgebrochen in Witcher 1? Weiß ich gar nicht mehr. Könnte sein, oder? Ich weiß es nicht mehr. So, wollen wir hier nochmal kurz gucken, ob wir hier jetzt noch irgendwen finden. Außer Lambert und Yennefer. Ähm... Eskel ist jetzt auch hier. Mit dem will ich jetzt aber gerade nicht reden. Lange, einsame Winter bringen einen auf absurde Ideen. Was meint ihr damit? Schwer... 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 Schwerter schmieden, oder was? Schwerter schmieden. Eine Menge. Keine Reaktion auf die Militio. Hab ich gerade Wesimir gehört? Was ist das hier überhaupt für ein Vieh? Äh... Äh... Keine Ahnung. Oh... Jetzt zieh hierher. Pupillen funktion normal. Ah! Ja? Was ist denn, Wolf? Ah, ja. Wir können mit ihm reden. Ähm... Äh... Ich habe Emia getroffen. Ja, Hammer. Ich habe Emia getroffen. Welches gekrönte Haupt hast du nicht getroffen? Ein paar. Hoffentlich bleibt es so. Weißt du noch? Der erste Krieg gegen Nilfgaard. Die Schlacht von Sodden. Der gesamte Norden kämpfte vereint. Temerien, Redanien, Cadwyn, Edirn. Und die Magier waren Helden. Erst auf dem Schlachtfeld, dann in Balladen. Nicht viel übrig von dieser Welt. Ich habe ein paar Notizen von Berengar gefunden. Offenbar hatte er ein Schwert in Arbeit. Thorherne. Du hast ihm geholfen. Ich habe ihn höchstens beraten. Er hat die Klinge zwar nicht geschmiedet gekriegt, aber mich wollte er auch nicht an den Ambos lassen. Wollte wie immer alles alleine machen. Aber dann ist der ganze Plan zum Teufel gegangen. Buchstäblich. Was meinst du damit? Berengar ist auf die Jagd nach einem Chord gegangen. Das Vieh hatte sich im Tal hinter der Festung eingenistet. Er hat seine ganze Ausrüstung mitgenommen. Warum auch immer. Vielleicht hat er befürchtet, dass ich am Schwert rumfummle, wenn er weg ist. Du kennst ihn ja. Jedenfalls erwies sich der Chord als ziemlich stark. Zu stark. Berengar musste fliehen. Und weil eine Ausrüstung von 20 Kilo unterm Arm doch etwas bremst, hat er alles fallen lassen. Kam blutbeschmiert und schamesrot zurück. Sagte kaum was und verschwand bald darauf. Seitdem ist er weg. Den Rest der Geschichte kenne ich. Wie finde ich das Lager des Chords? Ich wusste, du würdest es zu Ende bringen wollen. Am besten nimmst du den Fluss drum abwärts, soweit du kommst. Aber pass auf. Berengar hatte seine Schwächen, aber er war ein verdammt guter Kämpfer. Wenn der Chord noch da ist, könnte das ein Höllenritt werden. Okay, ja. Eine weitere Quest. Das war ja fast zu vermuten. Keine Reaktion auf die Meritium. So, gucken wir mal weiter. Wir sind schon mal über 40 Minuten, aber jetzt will ich trotzdem kurz noch gucken, ob wir hier noch irgendwen finden, Mann. Tja, hier jedenfalls nicht. Da ist Lambert. Wo könnte sie sein? Wenn sie überhaupt hier ist. Was ich meine... Ich müsste jetzt tatsächlich nochmal in die Folge reingucken, aber ich glaube, wir hatten sie nach Kermor hingeschickt. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass wir die dann hier treffen. Und auch Triss meine ich, oder? Ist Triss nicht auch nach Kermor hingegangen? Warte mal, da ist was. Ein rostiges Brotmesser, ja. Das habe ich gesucht. Gut, das geht also offenbar nur in diesem Turm weiter. Um halt auf die verschiedenen Etagen zu kommen. Ja, alles eingesammelt. Warte mal, hier? Okay, das ist die andere Seite. Ah, hier kann man in den Keller gucken. Mmh, Keller. Wobei, Leute, das machen wir in der nächsten Folge, oder? Oh, hier ist eh zu. Aber irgendwie, auf der anderen Seite kommen wir bestimmt in den Keller. Denn den kennen wir ja auch. aus The Witcher 1. Und ich bin so neugierig. Ne, pass auf, wir gehen jetzt erstmal hier hoch, aber das machen wir in der nächsten Folge dann. Aber die Tür muss erstmal wieder zugehen, damit wir sie aufmachen können. So. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwen für anderes finden, außer Jennifer. Ich bedanke mich fürs Einschalten, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir den Daumen hoch da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020